Okay, der Bruder will mit jedem Ball, den er besitzt, ein geiles Tor erzielen. Und ich habe gerade schon gesehen, da sind sehr komische Bälle mit dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen konntet. Aber wir haben hier einen Basketball, wir haben hier Fußbälle, wir haben Volleyball, wir haben einen Schaumstoffball, ist das halt ein Medizinball? Nee, das war ein bisschen drüber. Eine Rugby, ich glaube, das ist eines dieser Dreiecksballen, mit dem man Keeper trainiert, dass man den auf den Boden wirft und je nachdem, man weiß ja nicht, wie er dann springt, weil er ja dreieckig ist, gefühlt. Ja, weiß ich nicht, der Ball liegt ja auch zwischen. Also er hätte ganz zurück den Bellen und will mit jedem geiles Tor machen. Ich finde das eine richtig geile Idee. Wie der Kameramann, freut er sich gerade richtig? Sieht so aus, als würde er sich übel freuen, oder? Aber auf jeden Fall, ich glaube, das wird Bock machen. Was passiert hier sogar mit dem Tennisball? Das ist geil, Digga. Das ist sehr, sehr geil, das ist richtig kreativ, ist auch etwas komplett anderes. Und auch wenn man mit dem Plastikball gleich schießt, man kriegt so Flashbacks in seiner Kindheit, Wenn man dann mit dem Plastikball gespielt hat, wenn man mit dem geschossen hat, jeder konnte dann Roberto Carlos Schüsse oder Cristiano Ronaldo Freistöße. Die sind so krank geflogen, haben sich gedreht. Das ist doch verrückt. 14 verschiedene Bälle. Okay, Warm-up quasi zu Beginn, ganz normaler Fußball. Oh, da kriegt er, glaube ich, ein Tor mit hin. Er will ja sogar einen Amazing-Goal mit jedem Ball hängen. Also ein schönes Tor. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich denke mal, so wie ein Elberpunkt vom Sechsenal oder so wird er am meisten schießen. Rainbow Volley, cool. Das war nix. Oh. Jetzt Pfeil-Rückzieher. Ja. Hey, okay, der struggelt ja schon nochmal, weil... Ja gut, damit den anderen Bällen wird er auch nicht so übertreiben und so was Verrücktes machen wollen. Okay, der ist für heute drin. Die Musik spoilert. Oh! Der sah geil aus. Perfekt. 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 Das gibt es, glaube ich, kaum. Es wäre cool, wenn ein anderer da die Hand draufmachen würde auf dem Ball. Dass man ihn richtig schießen kann aus dem Stand. Ach so, ach so, Träume. Was ist mit der Musik auf einmal los? Auf einmal sind wir irgendwie... Ich hätte den sogar schon genommen, das Tor. Auf einmal ist man irgendein Techno-Club in Berlin hier bei der Musik. Corona ist vorbei, oder? Jetzt wird Party gemacht. Der hat jetzt mehr Power oder weniger platziert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den viel cooler von hat, als den davor. Ja, er ist da! Der Roberto Carlos Ball! Er ist am Start! Pretty much, he does the wet for you. All you can do is kick it. And it should produce a pretty nice goal. This should be quick. Here we are, first shot. From here we are. Dude, wir gehen den Flick der Ketten. Hehehe! 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 Oh my god, diese Ball ist so gutlos! Das ist wahrscheinlich das ärgerste Ball von Videos. Und ich konnte diesen Ball wiederum in der Triangle. Hehehe! 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 What the fuck! Hehehe! Hehehe! Ja, aber da ist der Dreiecksball. Legende, ich weiß bis heute schon nicht, wofür er gut ist. Ich weiß nur ab und zu, wir haben Fußballtraining, war er da. Aber er wurde irgendwie nicht benutzt. Das wird schwierig sein und ich denke, ich werde für etwas schwieriger. Das muss der Barschkoll-Kick sein. Oh, stabil. Okay, Barschkoll-Kick, let's go. Falldruck-Zirbel machen. Der sah eigentlich gut aus. Okay, der war richtig geil. Er probiert ja echt nicht nur, dass die reingehen, sondern dass sie auch noch richtig gut reingehen. Der war top. Was ist das für ein Ball? Ich habe den Swerfball und ich denke, dass er tatsächlich... Was für ein Ball? Ich mache meinen Job. Ganz einfach einfach. Es macht den Kerrball, ja, lass uns das machen. Ein Swerf? Oh, was? Ich denke, außerhalb der Barschkoll-Kick. Hä? Ist das so spezielle Bälle, die sich besonders viel drehen oder was? Ja, ein bisschen von hier. Alles klar. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, der war geil. Was ist das für ein Ball? Was? 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 We're still gonna score an amazing goal with it. Let's go. Einmal der günstigste Fußball der Welt, man. Drei Euro nicht mal. No, wir brauchen das. What the fuck? Okay, Rabbonas hat euch studiert und schön. We'll take that. That's gotta be the quickest one, yeah. Basketball. Nochmal Bowling-Kuhli noch. Fast Men vs Basketball. If you were to start with Basketball, I will be there a nightmare. So I start off by trying to hit a nice knuckleball in the Top. Сейчасаз hat ein narciss entered a double ball in die Top- daarins antigen lassen. Die Lenk enkelblad mit Basketball. Wie kommt man auf so eine scheiße? I feel like it pinged really nicely. And I've got some really nice shots in it. Hell, das dürfte gut. Nein, don't stop doing. Hallo, hallo, hallo. So that basketball one, we've not really managed to get anything amazing. It's also absolutely destroyed my foot. I have to come back tomorrow and hopefully we can score some mad goals then. So I came back the next day and this time decided to start off by trying to hit an aerobone in the top corner. But I quickly realised it just didn't seem that cool so I came up with another idea. So because the basketball is really grippy, I've just thought of the perfect trick we can try with it. I'm going to try a volley where I'll scoot the ball over my head, catch it, pin it back over and volley it. Hopefully into the side netting or somewhere near the top corner. But the hardest part about this goal is the set up by far. If we get that right, I'll be happy. Oooh, net! Weep for Donald! I was really happy with that goal, especially as it was scored on the left foot. But then this is just classic. You spend eight, you're trying to get a goal and then you get two in a row. This was the next shot. Yeah. Thank you. Posting it. That was good. Next ball, we've got the glow in the dark football. I've got an idea for this. I'm thinking something a bit techy. Alright, for this ball, I'm thinking... If it's already a day later, if it's already a ball in the dark, then you could shoot it in the dark. That would be really cool. A nice back heel into the top corner. First go, something like that. Keeper has to do other things in the dark. Oh. Oh. Oh, my God. Oh 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 my God. Alright, so I think this next ball is going to prove very difficult. It's the tennis ball. I have no idea what I'm going to do with this. So I started off with a bunch of picks and free kicks. And obviously that didn't really work. For the tennis balls, it's going to have to be a volley. Let's see what we've got. Ah, we have a volley. That's the best we get over this tennis ball. So after a disappointing performance with the tennis ball, I moved on to whatever this thing is. What the fuck? It became very apparent to me that this ball was far too light to score from outside the box. So it's very apparent that this ball is far too light to score from outside the box. So I decided to try some Brero-Flick-volley. Ooh, geil. That's quasi der Roberto Carlos bei Lufa-Wish. Oh, Lufa-Wish-Brüche, ehrlich gesagt. Nein, nicht mehr bringen. 2-2-1-2-2. Hä, was ist das denn? Overall, this ball was just an absolute not a man. Just because it was so light. Oh, wie habt ihr das gesehen? Der war, der ist schon am runterpfeilen, aber er geht den wieder hoch. So sah ja ganz krank aus bei dem Schuss. Hä? Magie. Schwarz Magie. Schwarz Magie. Oh, das war cool. Ich kann mir vorstellen, dass das mit manchen Bällen schwer ist, als man denkt. Ich bin jetzt noch mal ein Schuss, der so richtig oben in den Knick geht. Ne. Nein! Ja jetz"... Ich bin fertig mit diesem Element. Absolutlich fertig bin. Nooo, der ist so nice, Quizze!